Der amerikanische Bison, auch Büffel genannt, lebt in Nordamerika in der Prärie. Er wird bis zu 1000 Kilogramm schwer und bis zu 1,90 Meter groß. Er ernährt sich ausschließlich von Gras. Trotz seiner enormen Größe und Gewicht kann der Bison bis zu 50 kmh schnell galoppieren. Bisons leben in nach Geschlechtern getrennten Herden. Im Spätsommer, während der Brumpfzeit, suchen die Bullen die Kühe auf. Dabei kann es zu Rangkämpfen um die Paarungsrechte kommen. In der trockenen Prärie vereinigen sich Bisons zu Riesenherden von einigen tausend Tieren und Wandern. Bei gemäßigtem Klima und genügend Regenfall bleiben sie standorttreu und leben in kleineren Herden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017